Waren Sie schon in der Terbe alle? Ja. Ich bin gespannt, ob Sie da auch schon so was erlebt haben, gell? Am vergangenen Freitag waren wir mir im Terbebad, dass Sie nicht dabei waren, die sich schon, 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 schon. Darum beim Kassieren hat eine Frau noch ein Spektakel. Was? Sie sagen, ich bin ein altes Fackel, 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 Fackel. Was sind denn Sie dann? Sind Sie rupf der Bies an? Wens werden keine Angstpersonen, heraten Sie einen anderen Ton. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, steh ich mich nimmer mehr zu Ehre her. Sie können bei Sie in Ihren Vogelhäuseln sitzen, können Sie einen schwachen Mann diskriminieren. Halt's mich zurück, sonst komm ich nur in die Titzen. Und du dir kartenbändiger, 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 noch eine schwirren. Geht da weiter. Endlich sind wir drin in der Unkleidekabin. Die Nackgarten, die rennen her und hin und her und hin und her und her und her. Einen von den Nackgarten, der ist und heimlich gefühlt an Linien. Der andere, so dürfen wir röntgen bult, 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 bult. Sie sind die Dränge in derer Menge. Und keiner weiß mehr gewiss, welcher Fuß sein eigen ist. Sie ist wie im Narrenhaus, wir zieht uns die Schuhe aus. Doch unser Nebenmann, der zieht uns wieder an. Ja, jetzt probieren wir's heute mal mit unserer Hosen. Kaum haben wir's nur rund, hilft uns danach mal wieder rein. Wir kriegen einen Zorn, einen Sonnen-Morz drum-Grossen. Und gehen einen Zanden-Quand, Zanden-Quand, Zanden-Quand ins Bad hinein. Der Wampa, der kommt rein und steigt auf den Zorfer drauf. Es haut ihm auf die Arsch, mal wieder schnauft, 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 schnauft. Wie er wieder aufsteht, geht er zur Brause hin. Wer passt denn ein wenig in den Duschkabin, bieb, 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 bieb. In einer Klause, unter der Brause, da rennt das Röntgenbult grad hin und her. Es ist ein Verhältnis, dass es so dünn ist. Wobei, wenn's zum Abfluss rutscht, dann ist es Futsch. Da tut's einen Schlag und wir sind furchtbar zusammengezuckt. Es kommt den Wampen grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verbunden, wenn's ein Eindruckt. Das ganze Thermenbad, 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 das ist jetzt hin. Wärm, Wärm, Wärm!